Wir kommen weiter zum Re-Release an. Nein, wir sind an einem Fluss vorbeigelaufen. Da hätte ich ja gerade mal irgendwie was auffüllen können, aber gut. Also in Solnitschni ist ein Wasserhahn. Ja, ein Wasserhahn. Und da hältst du gern dein Hahn dran. Für den Spruch müsste ich dir jetzt voll in den Kopf schießen. Komm, lass mich auch mal. Komm, warte und dann zeig ich dir was Besseres. Oh mein Gott. Ich dachte schon, er fällt jetzt. So, wir sind jetzt in Three-Release. In Three-Valleys? Ja. Das ist aber schön. Hey! Was? Hat jemand geschossen? Das warst du, oder nicht? Wie denn? Ich hab ne Axt. Barsch mit ich... Los, Binoculars. Vielleicht sehen wir wen. Alter. Wo hast du? Leute, da geht jemand rein. Leute, das bist du. Hilf! Komm, verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Hörst mich rein. Wie bist du da reingekommen? Achso. Bein gehen. Oh, oh, oh. Ja, nur irgendwie geht's. So, und da geht's weiter. Da ist ne Scheine. Hoffentlich steht da ein Auto. Oh, oh. Ah. Ah. Egal. Isstern. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Macht die Zombies Platz Kein Auto drin So, auf der ersten Seite liegt nichts Hier ist ein Jerican Da oben Fuck Naxt Und dos Ich geh jetzt wieder raus, glaub ich Ah, diese scheiß Standbilder, ey Scheiß DayZ Alter, diese scheiß Zombies glitschen hier rum Der töte ich, der stirbt nicht Gott Wieso auf mich, ich hab noch nichts mehr zu essen, ich hab Hunger Muss erstmal was essen, warte mal Irgendwo Pile of Food, dann können wir mal Fleisch machen Ich hab voll Bock auf Kuchen, grad da oben ist auch nichts Gut, dann komm, ab nach Solnechi oder nicht? Ja Go, go Willst du nicht dein Wasser auffüllen, hast du schon? Muss das Kann man hier auffüllen oder was? Ja, hier Oh Häng dein Hahn dran Zapf ihn damit an Und lutsch ein bisschen dran Ja, alles klar Meine Güte, doch Geh jetzt wieder zurück, oder was? Da oben waren auch noch Häuser Wie viele sind mal Oh, wie sind ganz viele Eins, zwei, drei, vier Oh, oh, ich hab Angst Chicken 13 bis 14 Leute Ja, so grob geschätzt So 20, 30.000, so Pipapo Nee Pipapo Achso, Holz ist dort übrigens drin, ne? Gerade aus in der Scheune Da ist Holz drin, war ich mir ganz sicher, drei, zwei Ja, weiß nicht, also Unwichtige Sachen siehst du einfach nicht, ne? Doch, hab ich gesehen, aber da waren wir jetzt schon in der anderen schon Ja, dann wollen wir das Fleisch nachher machen Warum nicht jetzt? Ja, weil wenn's dunkel wird, dann können wir uns ans Feuer setzen Ah, nein Okay, dann machen wir's jetzt Nein, jetzt keine Lust Ich muss eh gleich eine Stunde auf So, Wanderfühle Wie spät haben wir's eigentlich? Es ist Viertel vor drei, zwei Stunden aufgenommen So, komm, eine Folge geht noch So, also in acht Minuten ist die Folge vorbei Und wenn nicht, dann schneid ich's einfach so Okay, dann werden wir jetzt Ich hab noch nicht einen Spieler gesehen Die laufen nirgends wie irgendwie Das sind bestimmt alles Spastis Ja, und ich muss immer einem Spasten folgen Du folgst dir selber? Nein Komm Das ist schon so nitschnie Ja, Bada Bado Ja Kürzer Ich würde sagen, wir schleichen uns erstmal von hinten an Und dann kommen wir so richtig rein Wir müssen sowieso hier lang, weil das Auto soll da vorne in der Ding stehen In der Quarry Quarry Na super, dann gehen wir auf und dann ist es am nächsten, äh, das nächste Mal wieder weg, ey Ne, ich fahr das dann weg Ja, super, und woher weiß ich dann, wo du bist? Hol dich dann ab Okay Marvin, stell doch nicht immer so selbsterklärende Fragen Ja, sicher Jedes Mal Warum bin ich geboren? Weil meine Mutter keine Lust auf ne Abtreibung hat Ja, gut, ich glaub, da war schlecht Ich glaube schon, aber so hat es drei überlebt, oder so Ja, sicher nicht Ja, Frau Marvins Mutter, wir wissen auch nicht, was das soll Wir haben schon das härteste Gift ausprobiert, aber es hat nichts gebracht War wahrscheinlich einfach zu fett Wie kommen wir da rein? Jetzt hätte ich was anderes erwartet, steht das Auto nicht da Ja, hier ist nichts drin Kann es doch wieder nicht sein Boah, sind hier überhaupt irgendwelche Fahrzeuge? Mann, 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 Mann So, mir reicht's, ich setz mich jetzt hier hinten hin Und rauch erstmal ein Because I gotta Because I gotta Because I gotta Because I gotta Hast du das? Nee Ich bin im Haus Hier ist nichts drin Oh, was ist das? Ja Äh, eine Uhr Musik ist schon wieder lauter So, ich bin jetzt wieder auf der Straße So, ja, ich sitz hier in Quarry rum, sagt das doch Achso, ja Nee Ich muss hier was Sinnvolles tun und ein Auto suchen Ich will ein verdammtes Auto Hier ist nichts Einfach gar nichts Wieder zwei G-17-Magazine So kann das nicht weitergehen Hey, ein Auto Reifen Bist du noch da? Ja Ah, okay Standbild Lex Eine Uhr Ist das denn? Ah, dumm, dumm, da Achso So, ich wollte sagen Eine Minute dreißig noch Dann müsste die Folge rum sein Und wir haben kein Auto So, ich komme jetzt noch zu dir Wo bist du? Ich bin in dem orangenen Haus Ah, in dem Ist es nicht rot? Ich finde, das ist orange Okay, dann mache ich mich jetzt mal dort langsam auf den Weg Wir verbarrikadieren uns dann dort drinnen Links oder rechts Hier schon mal nicht So, ich würde sagen Ich gehe erst mal in der Härte Leere und blöcker So, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme In der nächsten Folge Nein, jetzt bin ich aufgestanden Warte, warte, warte Wir sehen uns dann in der nächsten Folge In der nächsten Aufnahme Tschüss Haut rein, wirst du an Ich gehe jetzt mal in der nächsten Folge So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge